So, Freunde, die Situation hat sich jetzt verändert. Der ganze Zug ist einmal ans andere Ende des Kessels gezogen, also die Straße hoch. Jetzt steht man hier aber eben auch wieder vor einer Polizeiwand. Da ist der Herr Dr. Fichtner, der gerade ein Gespräch mit Martin de Jeanne führt. Da ist die Masse, die eigentlich irgendwie auch weiter möchte. Und unten ging es nicht weiter, weil da eben viel antiefer war. Jetzt hier ist nur viel Polizei. Also da hinten, da ist offenbar nicht viel mit Gegenprotest, aber trotzdem geht es nicht weiter. Und die Menschen fragen sich natürlich, warum? Was ist hier eigentlich los? Ist das Schikane? Ich meine, es wird langsam kalt und die Leute sind hungrig und sind seit Tagen gewandert. Es wird auch ein harter Winter, glaube ich, deswegen muss es irgendwann eine Lösung geben hier. Die Polizei ist bis jetzt aber noch nicht so sehr informiert darüber, was sie machen können. Man wartet also. Das heißt es ist ein sehr, 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 sehr stabb. Man wartet.